Die Let's Dance Stars Malika Chomew und Zolt Sandor Tscheke sind getrennt. Doch das ist nicht der einzige traurige Abschied. Vor wenigen Tagen haben Malika Chomew, 33, und Zolt Sandor Tscheke, 36, ihre Trennung bekannt gegeben. Es ist ein Schritt, für den wir über ein Jahr gebraucht haben, und eine Entscheidung, die wir gemeinsam getroffen haben. Aber eine Trennung ist nie einfach, besonders wenn uns sehr viele gemeinsame Erinnerungen verbinden, erklärten die Let's Dance Stars. Jetzt haben sie die nächste drastische Entscheidung getroffen. Malika und Zolt beenden ihre Karriere als Turniertänzer. Eine Entscheidung, die den beiden nicht leicht gefallen ist. Vor neuneinhalb Jahren begann unser gemeinsamer Weg als Tanzpaar auf dem Tanzparkett. Wir zogen beide nach Bremen, um unseren Traum vom Tanzen zu erfüllen. Zolt aus einem anderen Land, Malika aus Nordrhein-Westfalen. Alleine mit ganz wenig Geld, aber dafür mit viel Liebe zum Tanz, erinnern sich die beiden auf Instagram. Der Turniersport war unser Leben, unser täglicher Antrieb und in jedem Moment auf der Tanzfläche spürten wir die Leidenschaft, die uns zusammenhielt. Doch wie jeder Tanz hat auch unsere Reise eine Melodie, die irgendwann leiser wird, aber niemals aufhört. Dazu veröffentlichen die beiden ein Video von ihrem letzten Tanz als Turniertänzer. Auch Let's Dance-Juror Joachim Jambi, 60, meldet sich zu Wort. Der letzte Tanz, Malika und Zolt haben sich heute Abend offiziell vom Turniersport in Bremen verabschiedet, schreibt er auf Instagram. Eine letzte Rumba, ein letzter großer Applaus für ein fantastisches Tanzsportpaar. Alles Gute den beiden für ihre tänzerische und private Zukunft. Alles Gute den beiden für ihre Zukunft. Untertitelung des ZDF, 2020